Wenn du bei dir im Gym einen Schlitten zur Verfügung hast, probiere unbedingt den folgenden Supersatz. Du wählst ein moderates Gewicht, was du gut bewegen kannst und führst zunächst einmal einen Schlitten-Sprint aus. Das heißt also, du nimmst eine Bahn und sprintest damit mit dem Schlitten so schnell du kannst. Um den Schlitten dann wieder zurückzubringen, siehst du ihn rückwärts. Du kannst dabei zum Beispiel zwei Superbänder ineinander verhaken und diese am Schlitten befestigen, um mit den Händen frei rückwärts zu gehen. Das wird deinen Antritt fördern und gleichzeitig deine Knie stärken.